Scheiße! Jonah, geh weiter rauf! Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Gut. Dann vergeht die Belagerung. Ja, deshalb kriege ich noch Verstärkung. Ja, ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alles okay ist. Oh ja, das ist lustig. Sie zieht ihn erst mal ran und dann killt sie ihn. Dann läufst du mit der Pumpe. Antworte endlich! Bist du schon fertig mit der Pumpe? Jetzt ist keine Zeit für Spielchen, Blödmann! Steckst du im Aufzug fest? Okay. Wie komme ich jetzt hier raus? Warum kann ich den Aufzug nicht benutzen? Ich hab' jetzt gedacht, oh Moment. Ah! Okay. Komm und hilf mir mit der Beleuchtung! Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße! Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rourke eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Verdammt! Ach, keine Sorge. Krieg ich hin. Das dauert viel zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Stand der nicht gerade um die Ecke? Was läuft da am Tor? Die Archäologen sind da. Jetzt schon? Ja. Operation Blackout läuft derzeit vor dem Zeitplan. Status? Zum nächsten Raster. Ich hasse dieses rückständige Land. Mann am Boden! Untertitelung. Dies ist die Prüfung. Ich nehme einfach alles auf, ich habe zwar keine Ahnung, warum ich dafür Platz habe, aber du hast keine Privilegien mehr. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeug und städtige Sicherheit. Ich muss schnell sein. Okay, entsorgen wir die Leichen. Du? Hörst den Polizeifunk ab. Sag Bescheid, wenn die Schüsse... Da ist der! Oh, scheiße, scheiße! Er schießt doch auch, Mann! Wie oft muss man die treffen? Die anderen waren immer mit einmal kaputt. Verdammt. Bin ich jetzt wieder geheilt? Wo muss ich überhaupt hin? Äh, aktuelles Einsatzziel. Also links von mir, okay. Ich habe aber nicht mehr so viele Pfeile, soweit ich weiß. Nein, habe ich die jetzt getroffen? Es ist Croft! Angriff! Oh, scheiße. Ich bin jetzt wirklich lebend! Sie tötet unsere Leute! Scheiße! Verstanden! Ziel gesichtet! Ich habe aber immer geheißt. Ich bin jetzt gefallen! Oh! Ihr wirst du sterben! Warte auf! Na ja! Oh! 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 Ja! Oh! Oh! Oh, da ist einfach mehr. Geb auf! Ja, ich sehe es! Ich kann sie nur nicht treffen. Held hier raus! Macht euch krankenbereit! Oh! 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 Was ist der? Hallo, wo bist du? Oh, feiger Sack. Hoffentlich waren das alle. Schauen wir mal, ne? Ja, nimm! Komm! Hat die die jetzt schon genommen? Voll! Nie voll! Okay, das ist jetzt doof. Ich dachte, ich könnte jetzt die ganze Munition mitnehmen. Ich muss aber letztendlich genau in die Richtung weiter. Kann ich auch irgendwie meine Waffen wechseln oder so? Nee, ne? Und dann automatisch die Pistole. Also, eine Pistole ist gut, Maschinen gesagt. Ja, das ist alles voll. Ach, die kann ja auch bestehlen, oder was? Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme. Was war das? Okay, da komme ich nicht durch. Achso, da komme ich aber durch. Ah! Da ist sie! Ja, super. Stopp! Tut dir nichts. Ja. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chill. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chill? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle. Droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Die Säuberung hat begonnen. Jetzt liegt es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Du hast sie gespürt, was habe ich zu spät ist.